So, willkommen zurück zu Batman. Der Feind im Inneren. Wir kämpfen gerade mit Bane. Gemeinsam Joker und Batman. Nein. Joker schmeißt den Schornstein. Los schneller. So, konnten wir damit Bane K.O. schlafen? Kompetement, zieh das Gift hinten raus. Bane K.O. schlafen. 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 Eingreifen. Na gut, dann... Schocken wir Riddler. Äh... Schocken. Waller told me what you did. You let Batman defeat him and then you struck. Like a coward. No, I didn't, Batman. I, I, I didn't. You would work with such a man? A murdering coward? Shit! I didn't kill him! Waller's a liar! I didn't kill Riddler! Wir schocken ihn mal. Dann können wir immer noch sagen, wir waren das nicht. Er ist keine Bedrohung. Sie hat mich verletzt, dass Riddler zu töten. Scheisse Gawas ja erzählt. Ich, 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 ich... Sie hat wahrscheinlich das gemacht. Sie hat wahrscheinlich versucht, es auf mich zu töten! Aber ich habe nicht. Du wirst das wissen, oder? Batman! Du, du bist schuldig! Oh, scheisse! Komm, wir müssen fliehen! Und ich bin nicht alleine. Ich komme zu dir. Ich sende Koordinaten. So. Das fünfte Kapitel. Was ist das? Das fängt ja gut an. Nicht schlecht. Das ist so ein guter Freund. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich weiß, dass wir zusammenarbeiten. Das ist richtig, Batman. Nur zwei professionelle Kräuter. Wir arbeiten... Wow! V. Alfred! Ich habe seit Jahren geliebte Tabloid-Fotos von Bruce. Und du bist im Hintergrund von mindestens einer dritten von ihnen. Wir haben alle. Lass mich mal schauen. Der Arm ist... kaputt. Der Arm ist... kaputt. Oh! Offener Bruch! Der Arm ist... Ich werde mich schützen. Ich werde mich schützen. Ich werde mich schützen. Kannst du... Kannst du dir helfen, Alf? Kannst du dich? Kannst du dich so sagen? Also... Joker. Was ist das? Ist das ein... Batarang? Das ist ein... Das sieht so aus wie ein Batarang. Eine Batarang? Nein. Ich sehe gar nicht, wie du denken. Das ist ein... Smiley. Oder? Aber... Es ist nicht! Es ist total unikbar. Es ist ein Joker-Rang. Joker-Rang. So, ein neues Kostüm, was? Ja. Starkles. Uh huh. Was ist nach der Brücke passiert? Ja, das... Also, ich hoffe, dass es jetzt die Brücke... Mit Wall-Au... Das war ein hell of a drop. Was ist nach der Brücke? Ja. Ich will wirklich kein Mundbrand. So, gut. Dann nutzen wir erst mal ein bisschen Jod hier. Ach so, müssen wir das Stück erst rausziehen. Ähm... Pin-Setter. Und los. Dann machen wir ein bisschen Desinfektionsmittel drauf und tackern das Ding. Also, den Arm. Und rauf da. So, wo ist der Tacker da? Tacker da? Ja. 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 Aber da ist ein baik, ja? Aber es ist ein Cosplayer. Oh! It´s Waller. Waller ruft an. Hallo. So, du bist mit unserem gemeinsamen Freund. Sehr gut. Das wird das pharmacy gelöss Hateut Mortal makers. Ich will John Doe. Joker?! dr clinicians. John Doe und das Virus, in zwei Stunden, oder ich gehe in öffentliche mit deinem Identität. Ich möchte dich aufbauen, Bruce. Ich möchte dich aufbauen, aber ich will. Geh in die Hölle, Waller. Oh, bau dich auf, Bruce. Das Virus, du bist Joker, bei der GCPD. Nein. Er wird mich töten! Töten mich oder mich in einen Schlauch, wie Bain! Und schau was mit ihm passiert! Ich will nicht, dass ich einen Manniack aufbauen kann. Waller wird nicht weitergehen, bis sie die Virus bekommen. Aber wir können sie nicht geben. Wir müssen sie zerstören. Wir machen? Warum? Nicht, dass ich dich aufbauen kann. Ich will nur ein Grund. Du weißt, warum. Ja, ich glaube, ich mache. Es ist gefährlich, könnte man in die falsche Hand gehen, die ganze Stadt könnte sterben. Ja. Mit dem Virus, Paul, ich sehe nicht so viel wie eine Gefahr. Na, ich mag nicht den Sound davon. Sie geht um, zu erzählen Lüge, die Mörder auf mich. Sie muss Geld bezahlen, was sie getan hat. Ich könnte nur das wenigstens Hint von einem Virus in Wallers Shampoo setzen. Oder vielleicht ihr Perfum. Tatsächlich, ich würde sie das Virus geben. Mörder ist niemals eine Lösung. Wir werden wir Feinde. Mörder ist niemals eine Lösung. Mörder ist niemals eine Lösung. um ihre Probleme zu lösen. Aber es ist so effektiv! Ja, effektiv, stimmt. Ich weiß nicht. Dr. Leland sagte, ich hatte Probleme zu lassen. Es ist ein Problem. Also, was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich auf die Nacht machen? Das macht mich so... ...angry. Was soll ich machen? Du kannst diesen Schmerz nutzen, um sich motivieren. Ich habe. Und Gotham ist besser für sie. Schmerz als Motivator. Ich mag es. Ich bin nicht sicher. Das ist genau das, was Bruce bedeutet. Oh. Ich weiß, was er bedeutet. Well. Wenn du sagst, es ist die richtige Sache zu machen, was soll ich machen? Hmm. Nehmen. Scheiße. Ich muss es nehmen. Ich kann nichts anderes auswählen. Ich vertraue dich an das. Jetzt? Hier. Passt perfekt da rein. Das ist es? Das ist es. Jetzt komplett inert. Ernsthaft? Das war es schon? Wir hätten auch uns Feuer werfen können. Das ist ein Perimeter. Ich bin ein bisschen überrascht, dass du seine dunklen Impulse enthalten hast. Er ist sicherlich für seinen Platz in der Welt. Jetzt glaubt er es, es sei zu sein. Du könntest ein mehr responsableres Beispiel setzen. Der Fluss ist klar. Waller hat ein Lipp. So. Und damit beenden wir mal diese Folge. Tschüss. Ciao. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020